Ich werde es mir merken Aber tagsüber sind sie nicht da Geh nachts, da kehren sie immer in das Gebäude zurück Warum bringe ich dich nicht einfach nach Hause? Wo wohnst du? Ich gehe zum Bazar, alleine, bin ja kein Baby Wenn du die Spieluhr nicht behalten willst, kannst du sie daher verkaufen Ist echt wertvoll Ja, kannst du mir helfen? Ich habe meine Spieluhr verloren Es wäre schön, wenn du sie mir holen würdest Ist gleich da drüben wohne ich Was ist denn mit der? Die ist besessen, oder? Ist echt wertvoll